Ja, das Lab ist eigentlich so ganz spontan entstanden. Die Botschaft ist, dass SKP nie fertig ist, genauso wie das Ratenkreditgeschäft der Sparkassenorganisationen. Es müssen natürlich auch Antworten darauf gefunden werden, wie man da reagiert. Und da reicht dann der einfache Arbeitsplatzschreibtisch natürlich nicht aus. Ja, wir wollen eigentlich alle mit einbeziehen, die mit uns gemeinsam an Lösungen arbeiten können für die Zukunft. Und insofern ist es wichtig, solche geschützten Räume zu schaffen. Die brauchen wir auch eine ganze Weile. Die geschützten Räume des Scheiterns, in denen ich mal was ausprobieren kann, was auch nicht sofort zum Erfolg führt. Sie dienen dazu, dass Menschen zusammenkommen, Ideen entwickelt werden und nach draußen getragen werden. Das andere ist, dass wir hier auch Veranstaltungen durchführen wollen, wo wir potenzielle Partner einladen, beispielsweise Fintechs, aber auch andere Unternehmen, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Dass wir dann gesagt haben, im Grunde bräuchten wir sowas eben auch in Berlin, wo wir ja herkommen. Ich glaube, für uns ist es ganz wichtig, mit den verschiedenen Partnern in der Sparkassenfinanzgruppe auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. Deswegen haben wir unseren Messestand im Grunde erstmal so als Lab aufgebaut. Wir stellen uns vor, dass wir hier gemeinsam nachdenken über bestimmte Lösungen, die wir in Zukunft erarbeiten wollen. Das hat ganz viel zu tun damit, dass wir uns fragen, wie können wir uns jetzt auch neue Marktherausforderungen stellen. Und die Lösungen, die wir dafür finden, werden umso besser, je mehr Leute daran aus unterschiedlichen Perspektiven arbeiten. Wir würden gerne einen Lagerfeuerplatz haben, wo Menschen zusammenkommen. Es war irgendwie ein großes Thema bei euch und das haben wir versucht, da rein zu implementieren in diese Planung. Das SKP-Lab ist genauso ein Ort, den man braucht, um aus den alten Denkmustern rauszukommen. Was aber dazu führt, dass Menschen in einen anderen Denkmodus kommen und auch was Neues lernen, neues Miteinander lernen, auch über die verschiedenen Abteilungsgrenzen hinweg und stärker auch den Kunden mit einzubeziehen. Und wir haben bestimmte Werkzeuge, die wir nutzen können, um bestimmte Szenarien abzubilden. Ob es ein Casual Meeting ist, eine B2B-Situation, eine große Workshop-Situation. Dementsprechend haben wir das Konzept bzw. die Entwicklung der Möbel dann auch ausgearbeitet. Also die Idee ist, dass wir da Arbeitsfläche haben, wo wir professionell arbeiten können. Dass wir einen Kreativraum haben, wo wir sehr intensiv mit Sparkassen zusammen an Projekten arbeiten können, Innovationen entwickeln können, dass wir aber auch vor allem einen Raum haben, wo wir uns vernetzen können, über den Tellerrand schauen können. Dieser Ort wird Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft finden. Wir denken auch, dass er uns inspirieren wird. Und dann übertragen in seine alten tradierten Strukturen und Schritt für Schritt diffundiert er sozusagen dieses neue Denken in auch die alten Organisationsstrukturen rein. Jeder Standort der SKP ist ein Lab. Überall, ob das in Berlin ist, ob das Bad Homburg ist, ob das München, Stuttgart, Hamburg ist oder Monheim. Überall gibt es ein Lab, weil das Lab ist überall in unseren Köpfen drin. Lab ist ein Stück Kultur. Und dieses Lab ist halt die Inkarnation der Kultur, in Leben gefasst, in einem räumlichen Ort. Und so wollen wir das gerne auch leben. Und so wollen wir das gerne auch leben.